Yo Leute, was geht? Mein Name ist Silo. Heute zeige ich euch die SPL Squad Building Challenge und vielleicht im Nachhinein noch eine SPC. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, jetzt sind wir bei der SPC. Man benötigt eine 80er Team Gesamtbewertung und eine 70er Chemie und eine ganz normale Startelf. Ich füge jetzt die Spiele ein und wir sehen uns dann gleich, wenn das Team fertig ist. So Leute, jetzt seht ihr mein Team, was ich für die SPC abgeben will. Jetzt gehe ich nochmal alle Spieler langsam durch und ihr werdet sehen, dass alle Spieler von meinem Verein sind und ich keine Münzen für das Team ausgegeben habe. So, das Team geben wir jetzt ab und holen unsere Belohnung und das Ganze werde ich jetzt einfach überspringen. So, ich werde jetzt das Pack öffnen und ich hoffe, es kommt ein guter Spieler, den ich in eine SPC reintun kann. So, bitte. Komm schon. Komm schon. Und? Oh mein Gott. Kano, Digger. Kano, Digger. Ich dachte, so ein Amrabat kommt oder Hamdala. Schwöre, Amrabat wäre krass, Hamdala noch geiler. Und so Leute, ich werde den Eifer jetzt in meinem Verein tun und Objekte bestätigen. Jetzt mache ich die PL Squad Billing Challenge, für die man einen Tots bekommt. Hier zeige ich euch, welche Tots man ziehen kann. So, jetzt gehen wir auf die Challenge drauf. Hier seht ihr die Anforderungen für die Challenge, damit wir einen Tots bekommen. Team of the Season mindestens ein Spieler. Team Gesamtbewertung mindestens 86. Team Chemie mindestens 70. Anzahl der Spieler mindestens 11. Das heißt, ein Startelf. So, jetzt füge ich noch alle Spieler ein. Hier seht ihr mein Team, was ich abgeben werde. Es sind alles aus Packs oder aus SPC, außer Grisman, Lurie und Sokrates. Und dann haben wir Tots, wie ihr sehen könnt. Das Team geben wir ab und holen unseren Tots ab. So, da sind wir wieder im Shop. Packs ansehen. Wir gehen jetzt zu unserem Pack. So, ein Objekt. Komm bitte. Komm bitte, Junge. Komm, Team of the Season Spieler. Komm. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, bitte. Über 90er Rating. Komm schon, komm schon. Wer wird sein, wer wird sein? Brasilien? Alisson. Digga, warum Alisson? Ich dachte, wir könnten jetzt so völlig geile Auswechselspieler in unser Team holen. Wir haben eine Spanische. Dafür haben wir 100k investiert. Um die 100k. Fuck, man, ja. Warum? Er ist gut. Können wir auch als Auswechseltorwart und so alles. Aber andere Spieler wären viel krasser, viel krasser. So ein Sterling. So ein Sterling oder Hazard, Mané, Van Dijk. So was. Wenn ich ehrlich bin, ich wollte den Zorn haben. Ich finde seine Werte voll krass. Auch seine normale Karte. Ich kann mit dem Vollgeld umgehen. Aber was soll's, Leute. So. Objekte behalten. So, Leute. Wir haben scheiße gezogen. Beiden Packs. Alisson. Geht klar, eigentlich. Geht klar. Aber ja, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was wir noch verbessern können. Oder andere Ideen, Formate, keine Ahnung was. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ни Nerds.